Der Mensch, den so ein Splitter im Herzen schlägt, der ist zu anderen auf einmal nur noch böse und gemein. Schnell, schnell! Und in mein Herz, da piekst was! Aber Kai, blöd! Was hast du denn? Fahr doch eigentlich ab, du Heulenfuß, ich hab dich satt! Kai hat Spiegelsplitter. Das ist lustig. Leute, habt jemand von euch Kai gesehen? Nein! Und tatsächlich macht sich die kleine Gerda alleine auf den Weg, um ihren Freund zu suchen. Ich suche meinen Freund, Kai! Sie war zu stark für mich! Ich bin zu Fuß nach Lappland. Du hast aber Nerven! Ich bin zu Fuß nach Lapp in bust. Ich bin zu Fuß nach Lappland. Ich bekam sich von Responsiveness Карl. Ich werde dich in Ruhe. Und wie der Stein Ist deinem Jahr Kai, da bist du ja endlich! Gerda, bist du das? Kai! Kaos, macht, dass ihr weg kommt! Ich will euch nicht mehr sehen! Gerda, weißt du, als ich noch jung war, waren die Jungs hinter den Mädchen her und jetzt läufst du hinter deinem Kai her! Komisch!